Friedrich Leopold Graf von Gessler war ein preußischer Generalfeldmarschall und einer der berühmtesten Reitergenerale Friedrichs des Großen. Seine Vorfahren waren um 1618 aus Schwaben in Vorpommern eingewandert. Er war der Sohn von Konrad Ernst von Gessler und dessen Frau Elf Rosina von Rosenau. Sein Vater war Oberst der Kavallerie und Airpair auf Schwegeau, Landkreis Insterburg. Leben Friedrich Leopold von Gessler trat 1703 beim holsteinischen Infanterieregiment in Königsberg ein und wurde am 6. Juni 1703 feenrich. Er kämpfte zunächst unter Leopold von Dessau im Spanischen Erbfolgekrieg. Danach stand er etwa zehn Jahre im Dienste des Kaisers, kehrte aber 1713 zum preußischen Heer zurück. 1713 Rittmeister im Regiment Panwitz zu Pferde, 21. Januar 1714 Major und Versetzung in ein Dragona-Regiment, 1. Mai 1720 Oberstleutnant. 16. August 1726 Kommandeur des Regiments Schulenburg Renadiere zu Pferde, 21. September 1729 Oberst. 3. Mai 1733 Chef des Kürassia-Regiments Nummer 4, 14. Juli 1739 Generalmajor, 17. Mai 1742 Generalleutnant. Gessler zeichnete sich besonders in den beiden Schlachten im Ersten Schlesischen Krieg aus, so in der bei Molwitz und der bei Tschottusitz. In der Schlacht bei Tschottusitz am 17. Mai 1742 kommandierte Gessler das erste Treffen der Kavallerie des linken Flügels unter Buddenbrock. Nach der letztgenannten Schlacht wurde er zum Generalleutnant befördert und erhielt den Orden vom Schwarzen Adler. Sein Ritt in der Schlacht bei Hohenfriedberg im Zweiten Schlesischen Krieg mit den Dregenern des Regiments Bayreuth, wobei er 67 Fahnen eroberte, wurde lange Zeit als der glänzendste, verwegenste und erfolgreichste Angriff in der Geschichte der preußischen Kavallerie betrachtet. Gessler führte in der Schlacht bei Kesselsdorf am 15. Dezember 1745 die Kavallerie des rechten Flügels. Für seine Verdienste wurde er am 11. Juni 1745 in den preußischen Grafenstand erhoben. Am 26. Mai 1747 wurde Gessler zum General der Kavallerie und am 21. Dezember 1751 zum Generalfeldmarschall befördert. Die letzte Schlacht an der er teilnahm, war die bei Lobositz am 1. Oktober 1756. Gessler reichte 1757 wegen des fortschreitenden Schwindens seiner Körperkräfte den Abschied ein. Er hielt denselben aber erst am 10. Januar 1758. In den Johanniterorden wurde Friedrich Leopold Graf von Gessler im Jahr 1735 nach Nachweis von 16 Ahnentafeln aufgenommen. Gessler besaß drei Güter in Schlesien, seine vormaligen Besitztümer in Ostpreußen hatte er verkauft. Er war mit Eleonore Gräfin von Seegut Stanislavski verheiratet und hatte mit ihr zwölf Kinder. Gessler starb am Abend des 22. August 1762 in Brieg, wo er auch begraben liegt. Das Grabmonument in der Nikolai-Kirche nach dem Entwurf von Langhans wurde im Jahr 1790 gestiftet. Familie Er war mit Anna Eleonore Gräfin von Seegut Stanislavski einer Schwester von Albrecht Sigmund von Seegut Stanislavski verheiratet. Das Paar hatte folgende Kinder, Georg Ludwig, Konrad Militär, Lemniskarte Juliane Elisabeth von Liedlau und Elgut. Eleonore Margarete Charlotte, Lemniskarte 24. August 1746, Otto Ludwig von Hirsch. Sophie Charlotte, Lemniskarte Wolf von Nazma. Lemniskarte Graf Orofsky, Wilhelm Leopold Militär, Lemniskarte Karoline von Poppe, August Bernhard, Kriegs- und Omenenrat. Anna Adelheid, Lemniskarte 1755, Abraham Friedrich von Budenbrock. Beate Henriette, Lemniskarte N.N. von Kiesen, Hauptmann. Lemniskarte 1753, Wilhelm Heinrich von der Tanfrädrika Adolfi, Lemniskarte 16. Juli 1757, Hans Kasimir von Schlieben. Albertine Luise Gertraud, Lemniskarte Philipp Wilhelm von Grumbkow. Marie Gottliebe, Lemniskarte Major Leopold von Kleist. Friedrich Siegmund, Militär, Lemniskarte Friederike Henriette Franziska von Beun. Friedrich Siegmund, Militär, Lemniskarte Friederike Reinhard, Lemniskarte Friederike Breưa Eich tri Medal Siegmund, Militär, Ne mention Sapp, Rob Straum